Ja, hallo, herzlich willkommen im Fitnesspark in Bernhausen. Ich bin der Jochen und darf euch einladen zu uns hier im Studio. Ja, bei uns im Fitnesspark steht die Gesundheit unserer Mitglieder im Vordergrund. Es beginnt bei uns auf der Trainingsdäche oder in den Kursen. Wir haben den Beweglichkeitszirkel und zum Schluss könnt ihr euch noch in der Sauna entspannen. Ein weiterer Baustein in unserem Fitnessstudio ist die Diagnostik und da haben wir die Möglichkeit, euch euren individuellen Zielen zu helfen und weiterzubringen. Mit der Diagnostik können wir eure Erfolge messen und eure Ziele neu definieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.